Musik Und von Kindern, bei dieser Musik, wagen er sich seinen Weg immer noch bei Sitzung ringen. Heute wagen er sich den Weg zu uns hier in Hans Kult. Begrüßt sie mit mir, hier der Stimmengewichtsweltmeister, Radinier Klinsko! Hör mal, der Schiedsrichter, der Falkgolf. Der hat bestimmt richtig gute Erinnerung an dieses Stadion. Komm mal her. Sekundärin, der Maschenbeier, die Boxen auch vor fast zwei Jahren. Und natürlich, sonst wäre es nicht immer noch der Weltmeister mit allen Gürteln, mit einem Sieg, logischerweise. Das ist mein Einsatz. Natürlich, der Sportler, der Mann, der Fiktor, ein Sieg und auf keinen Fall der Falkgolf. Ja, was machen wir am 2. und 10. Dezember gegen den Gegner? Jean-Marc, Momentum, durch Frankreich, war gestern in Paris bei der Pressekonferenz, wo er einen Kandidaten ist, dass er der Erste in der Geschichte Frankreichs schreckliches Wettmasse sein wird am 10. Dezember. Ich habe das ziemlich herzlichen Angenommen. Und natürlich...